Eine Geschichte noch. Ja, Papa, aber eine gruselige. Also gut, das ist aber eine echt gruselige Geschichte. In einem Land, sehr weit weg von hier, wohnt ein mächtiger, reicher Mann. Dieser Mann ist Präsident und reich geworden ist er durch Baumwolle. Stell dir mal vor, riesige, weite Felder voller dieser Flusen. Und die Bauern kommen gar nicht hinterher, die Baumwolle zu ernten. Also unten beschließt der Präsident, alle müssen helfen. Wie alle? Naja, einfach alle. Krankenschwestern, Ärzte, sogar Lehrer. Aber dann fällt ja die Schule aus. Viel schlimmer. Die Schulkinder müssen in Busse steigen, sie fahren über das Land stundenlang bis zu den Baumwollfeldern. Und dort bekommen sie jeder Einzelne einen riesigen Sack in die Hand gedrückt. Und dann müssen sie Baumwolle pflücken? Dann müssen sie Baumwolle pflücken, und zwar den ganzen Tag. Der Sack muss voll werden. Und diese Pflanzen sind sehr trocken und kratzig, sodass den Kindern bald die Hand wehtut, manche bluten sogar. Und sie müssen sich beeilen, sie dürfen keine Pause machen. Polizisten sorgen dafür, dass sie nicht weglaufen. Und am Abend dürfen die Kinder nicht nach Haus. Sie schlafen im Kuhstall oder in Zelten, und am nächsten Morgen müssen sie wieder zurück aufs Feld. Wochenlang zwingt der Präsident sie zu dieser Arbeit. Am Anfang brennt noch die Sonne auf den Feldern, aber mit der Zeit wird es immer kälter. Und am Ende fällt sogar der erste Schnee. Und was machen die mit der ganzen Baumwolle? Die verkauft der Präsident in die ganze Welt. So wird er immer reicher und reicher, und woanders werden aus der Baumwolle Kleidung und Stoffe gemacht. So, jetzt musst du einfach schlafen, okay? Und die Bettdecke? Und mein Schlafanzug, sind die auch? Ja, die kommen vielleicht auch aus Usbekistan. Also, schlaf schön. Ja, die Untertitelung des ZDF, 2020